Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin ziemlich unverändert, 27.050 US-Dollar traden wir momentan. Wir haben eine Reaktion nochmal gesehen hier unten, wir haben die Tiefs hier nochmal abgegriffen. Das war auch für mich jetzt nochmal das Long-Signal gestern. Ich habe außerdem noch eine Gold-Position aufgemacht, auch dazu Infos. Habe ich kein Signal reingepostet, weil wir immer noch genau da stehen, wo wir sind. Deswegen für alle, die jetzt das Video schauen, Gold-Position ist offen. Wir werden uns das jetzt natürlich nochmal anschauen. Und außerdem ganz kurz einen Blick auf Nasdaq, Zweckswochenausblick auch nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Und natürlich auf Ethereum. Also wird ein bisschen umfangreicher heute, aber könnte sich auf jeden Fall lohnen. Gut, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News oder Sonstiges, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, da verpasst ihr auch nichts. Sollte sich irgendwas über den Tag immer verändern oder irgendwelche anderen Signale noch kommen. Gut, damit würde ich sagen, direkt rein in die Analyse. Bitcoin, wie gesagt, relativ unverändert. Wir haben uns, wie gesagt, den WIC hier nochmal fast komplett runtergeholt. Das war auch jetzt für mich nochmal so das Long-Signal. Ich bin bei knapp 26.900 US-Dollar in den Long-Reihen. Nein, Stop-Loss weiterhin hier unten bei den 26.500 US-Dollar. Also nochmal unter diesem WIC hier an dieser kleinen 1-Stunden-Demand-Zone, die ich jetzt hier mal ganz kurz einzeichne, damit wir die auch mal ein bisschen im Blick haben. Also hier drunter liegt momentan jetzt erstmal der Stop-Loss. Sollte sich da irgendwas ändern, werde ich, wie gesagt, nochmal Bescheid geben. Aber momentan gehe ich erstmal davon aus, dass wir uns zumindest nochmal versuchen zu erholen. Und weiterhin so die Marke von maximal 28.300 US-Dollar im Blick. Dort oben liegt weiterhin unser Golden Pocket, wo wir ja die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen haben. Wir brauchen das jetzt auch nicht ewig in die Länge ziehen. Es hat sich an sich an der Struktur nicht wirklich verändert. Eher so ein bisschen Seitwärtsphase. RSI hat ein bisschen korrigiert. Kein wirkliches Volumen im Markt. Heute kommen auch wieder keine wirklichen Daten Mittwoch. Morgen eventuell ein bisschen Mehrschwung durch die Arbeitslosenzahlen, beziehungsweise durch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ansonsten, wie gesagt, hat sich sehr, sehr wenig getan. Wir können mal das kleine FIP-Level dazuziehen, in welche Bereiche zumindest heute für den Tag sehr, sehr interessant werden könnten. Erster Take-Profit liegt hier oben bei den 27.340. Schon mal so zur Info, einfach kurz vor dem Golden Pocket. Auch weil wir hier so eine kleine 1-Stunden-Demand-Supply-Zone haben. Also ein kleiner Widerstand, der hier oben auf uns wartet. Sehr, sehr gute Confluence. Dort oben würde ich auf jeden Fall den ersten Take-Profit nehmen. Aber ansonsten, wie gesagt, hat sich an der Gesamtsituation wenig verändert. Deswegen blicken wir mal ganz kurz auf den US-Dollar, auf den DXY. Schauen uns einfach mal da an, was sich da getan hat. Dort haben wir leider schon, zumindest hier knapp vor dem 0,382, die erste Gegenreaktion gesehen, zumindest nach oben. Fraglich ist, ob das wirklich anhaltend ist für mich weiterhin der Plan. Wir testen diese ehemalige Range zumindest nochmal bis maximal 102 US-Dollar hier runter, um dann gegebenenfalls auch, wie gesagt, entweder den US-Dollar zu long oder den Euro dann zu shorten. Hat natürlich dann auch für Krypto gestern, hat man auch wiederum gesehen, keine wirklich positiven Auswirkungen gehabt. Das ging ziemlich nach unten, zumindest auf dem Stundenchart sieht es ein bisschen dramatischer aus, als es ist im Endeffekt. Das sind ja auch nur 400, 500 Dollar, die es hier runtergingen. Also nichts wirklich überdramatisches. Sollte der Dollar heute, wie gesagt, ein bisschen zurückfedern lassen, sollte das erste Mal positiv für Krypto sein. Und dann wird, wie gesagt, erster Step ist hier das kleine Golden Pocket, dann hier das letzte Hoch, wo wir schon gestern drüber gesprochen haben, die 27.600 US-Dollar. Vier Stunden close darüber wäre gut, um dann das übergeordnete Ziel hier oben eben mit den 28.300 US-Dollar anzuvisieren. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier haben wir leider noch nicht die gewünschte Reaktion bekommen, deswegen auch hier kein Trade offen, muss ich ganz fairerweise so sagen. Wir sind hier leider nicht mehr runtergekommen, haben uns den WIC geholt. Kann natürlich noch im Laufe des Tages passieren. Ich lasse jetzt einfach mal den Fahrplan erst einmal noch so ein bisschen hier stehen. Für mich gehört eigentlich dieser WIC hier noch geholt, so wie es bei Bitcoin im Endeffekt zu 90% passiert ist oder knapp 99%. Zwang, glaube ich, nur 10 Dollar, wo der WIC nicht abgeholt wurde. Deswegen ein bisschen eher reingegangen. Aber hier, wie gesagt, warten wir jetzt auch erst mal noch. Ich sehe hier keine Impulse, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich würde jetzt hier unbedingt in den Long reingehen. Ist ein bisschen risky. Ansonsten sollte man jetzt hier noch reingehen, müsste man mindestens einen Stop-Loss unter diese 1-Stunden-Demand-Zone liegen, bei den 1.785. Prozentual, was das bedeuten würde, sollte man jetzt hier schon in den Trade reingehen, wären halt schon mal 2%. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel für die jetzige Phase, um hier jetzt noch einen Trade reinzugehen und auch hier dem Trade im Endeffekt hinterher zu rennen. Sollten wir noch mal runtergehen, ist hier auf jeden Fall noch mal die Chance an diesem WIC oder so um die 1.800 US-Dollar, wo ich sagen würde, okay, hier könnten wir gegebenenfalls noch mal reingehen und uns eine neue Chance suchen. Short-Setup-mäßig sehe ich hier auch erst mal keine Probleme. Kleiner Abtrend, der hier immer noch ein bisschen in Gange ist. Solange der hält, würde ich da auch erst mal keinen Short-Trade erst einmal eingehen. Außerdem, volumentechnisch ist mir das auch viel, viel zu wenig, nicht um hier jetzt irgendwie zu versuchen, hier noch gegen den Trend, in diesen Mini-Trend muss man ja auch dazu sagen, hier irgendwie reinzuschorten. Deswegen erst mal Finger davon von Short und Long ist für mich hier einfach in der jetzigen Phase absolut uninteressant. So, dann gehen wir rüber. Wie gesagt, ich husche jetzt gerade mal ein bisschen so durch, weil wie gesagt, es hat sich wenig getan. Wir haben unser Gold-Level erreicht. Habe ich ja gestern schon in der Gruppe gesagt. Ich suche es jetzt immer raus. Es war gestern Abend, ich glaube um 8.00 Uhr oder so, wo ich dazu gesagt habe, okay, Gold-Long in unserer grünen Box, haben wir im Wochenausblick drüber gesprochen. Wir sind jetzt endlich hier unten angekommen. Abverkauf, Gold-Long wurde dann hier getriggert bei den 1.989 oder 1.88. Eins von beiden war es jetzt hier mit einem Stop-Loss hier unten bei den 1.961. Momentan mini, mini, minimal im Profit. Ich werde aber erste Profite auf jeden Fall hier oben bei den 2010 sehr wahrscheinlich schon nehmen. Gegebenenfalls auch ein bisschen eher, je nachdem, wie die Reaktion jetzt im Laufe des heutigen Tages sein könnte oder sein sollte. Dass wir uns eventuell sogar schon hier oben bei den 2004 US-Dollar schon die ersten kleinen Profite sichern oder einen Stop-Loss-of-Entry machen. Aber an sich hat das sehr, sehr gut ausgespielt. Hier oben leider unser Short um 3 Dollar nicht abgeholt worden. Ansonsten hätte es perfekt gepasst hier. Gut, das muss man ein bisschen runterziehen. Aber ansonsten war der Fahrplan relativ klar, dass wir hier im Endeffekt nochmal diese grüne Box anlaufen. Perfekt abgeholt. Also wie gesagt, hier läuft jetzt erst einmal der Trade und zielt, wie gesagt, erst einmal die 2010 Dollar und dann übergeordnet hier oben die 2038. Und dann, je nachdem, sehen wir vielleicht ein neues All-Time-High. Das erst einmal dazu. Und dann auch noch so ein kleiner Rückblick aus dem Wochenausblick. Schauen wir uns den Nasdaq an. Nasdaq, schöne Reaktion hier oben an diesem Gap, was wir gebildet haben. Dafür gehen wir mal ganz kurz in den 4 Stunden Timeframe und ziehen es mal ein bisschen weiter rüber, damit ihr auch die blaue Linie versteht, die ich hier gezogen habe. Wenn es ins Laden würde. Jo, perfekt. So, müssen wir nochmal ein bisschen rausziehen. Wir hatten hier drüben noch so ein kleines Gap gehabt. Das wurde hier perfekt auf den Dollar abgeholt. Short ist noch nicht drinnen. Ich warte hier nochmal jetzt den heutigen Tag ab. Sollten wir jetzt nochmal versuchen, und das in einem 1-Stunden-Time, nicht in 4 Stunden, dass wir uns im Endeffekt hier nochmal hocharbeiten. Zumindest hier in dem Bereich der 13.469. Um diese kleine, einerseits Ineffizienz und natürlich um diese kleine Supply-Zone hier oben abzuarbeiten. Auch die zeichne ich mal ganz kurz ein. Sollten wir uns hier oben nochmal diesen Bereich retesten und da wirklich failen, eventuell nur so einen Blick nach oben hin sehen und dann drunter schließen, ist das für mich ein Short-Signal. Und wir nehmen genau die Bewegung, die wir im Wochenausblick eben mitgenommen haben, beziehungsweise die wir darüber gesprochen haben. Ob wir jetzt wirklich so tief runtergehen, schauen wir dann einfach mal. Aber auf jeden Fall wäre das ein sehr, sehr schöner Short-Impuls, den wir hier oben dann gegebenenfalls mitnehmen könnten. Jo, das war es jetzt erstmal. War ein bisschen, wie gesagt, Krypto ein bisschen kurzfristiger, aber es hat sich, wie gesagt, wenig getan. Die wichtigsten Level habe ich angesprochen. Gold, long läuft. Nasdaq Short ist im Planung im Laufe des heutigen Tages. Also es steht einiges an. Die XY hoffen wir, dass da zumindest mal eine kleine Korrektur kommt. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber, weil da gab es ja deutlich gestern ganz schöne Aufregung. Ledger steht unter Beschuss wegen Recarry-Phrases. Muss man ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Und zwar geht es da eigentlich hauptsächlich um den ihr Recarry-Programm, was auch noch 10 Euro, glaube ich, im Monat kostet oder 10 Dollar im Monat kostet. Aktiviert das einfach gar nicht. Lest euch den Artikel durch. Dort steht alles Wichtige drin. Ich bin nicht wirklich der größte Ledger-Fan. Ich bin eher Bitbox, vor allem Bitcoin-only-Edition-Fan. Ledger in der Vergangenheit immer mal wieder mit ein paar Datenlecks und sowas. Also klar, Hardware-Wallet ist immer gut, aber vielleicht doch ein bisschen umschlüsseln auf Bitbox oder sonstige andere Hardware-Wallet-Anbieter. Aber lest euch den Artikel gerne durch. Dort steht wirklich alles drin. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen oder sonstiges habt, kann ich euch einfach nur empfehlen, Kryptoburo auf der Website den durchzulesen. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite für das heutige Update-Video. Ja, bevor ich jetzt wieder irgendwas verspreche, keine Ahnung, ob später noch ein Video kommt. Muss ich mal gucken, ob ich es schaffe. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Start in den Tag hinein, einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann spätestens morgen früh wieder zu einem Update-Video. Und dann war es das von meiner Seite. Ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.